Wenn ihr einen Grad der Behinderung von weniger als 50 habt, könnt ihr trotzdem hochgestuft werden und mit schwerbehinderten Menschen am Arbeitsplatz gleichgestellt werden. So eine Gleichstellung können Arbeitssuchende, aber auch Beschäftigte mit Behinderung beantragen. Es gibt aber ein paar Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Ganz wichtig, euer Arbeitsplatz muss gefährdet sein oder ohne Gleichstellung bekommt ihr keine Arbeit. Ihr seid zum Beispiel häufig krank wegen eurer Behinderung, seid nicht so belastbar, könnt nicht so eingesetzt werden wie Kollegen oder Kollegen müssen euch regelmäßig bei manchen Aufgaben helfen. Ein anderer Grund für eine Gefährdung kann aber auch sein, dass ihr nicht so mobil seid wie andere Mitarbeiter. Es gibt aber noch mehr Voraussetzungen. Euer GDB muss mindestens 30 oder 40 betragen und wenn ihr schon arbeitet, dann müsst ihr das mindestens 18 Stunden pro Woche machen. Wenn die Checkliste jetzt gut aussieht, dann könnt ihr die Gleichstellung bei eurer Agentur für Arbeit beantragen. Dann kommt dann irgendwann Bescheid, gegen den ihr aber auch Widerspruch einlegen könnt. Das kann sich lohnen, denn als Gleichgestellter hat man auch ein paar Vorteile. Ein besonderer Kündigungsschutz. Mit der Schwerbehindertenvertretung habt ihr eine zusätzliche Interessensvertretung im Unternehmen und ihr könnt durch die Inklusions- und Integrationsämter gefördert werden. Es geht aber noch weiter. Für den Arbeitgeber gibt es nämlich auch Zuschüsse und es ist auch ein Beschäftigungsanreiz, weil Gleichgestellte bei der Ausgleichsabgabe angerechnet werden. Es gibt aber auch ein paar Dinge, auf die ihr trotz Gleichstellung keinen Anspruch habt. Beispielsweise gibt es keinen Zusatzurlaub, ihr habt keinen Anspruch auf unentgeltlichen Nahverkehr und es gibt auch keine vorgezogene Altersrente. Und einen Schwerbehindertenausweis bekommt ihr auch nicht. Der VdK unterstützt euch beim Antrag auf Gleichstellung und auch beim Widerspruch, falls dieser abgelehnt wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.